Musik Freche Fragen an Pflegekräfte. Brauchst du ein dickes Fell? Ja, definitiv. Also vor allem so, wenn was im Krankenhaus passiert, zum Beispiel ein Patient stirbt oder so, da muss man schon manchmal ein ganz schön dickes Fell haben, um das auch zu verarbeiten. Ja, definitiv. Also das wird immer so sein. Man sorgt sich ja nun mal halt sehr um seine Angehörigen auch und dementsprechend giftig sind dann halt auch manche Angehörige. Aber da muss man halt sich in die Lage mit reinversetzen und das wird uns allen irgendwann mal so gegangen sein oder so gehen. Da kann man nichts dran ändern. Man muss halt damit umgehen. Das bringt halt nichts. Ja, mit der Erfahrung lernt man damit umzugehen, dass man nicht persönlich angegriffen wird, sondern dass es eigentlich immer nur die Situation mit uns macht. Und die, sagen wir mal, die da nicht so freundlich sind, das ist ja eigentlich immer nur ein Zeichen von Hilflosigkeit oder sind durch ihre Krankheit so traurig oder teilweise auch verbittert und auch die Angehörigen mit dazu. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Ja, das beste Beispiel hatten wir gerade eben erst wieder. Das brauchen wir auf jeden Fall schon, weil ich auch noch als Wunschwester tätig bin. Es sind halt dann auch viele chronische Patienten, die unzufrieden sind. Angehörigen mit Unterhalt auch schwierig. Aber mit einer relativ coolen, lockeren Art und Weise. Und wenn man sich vielleicht auch auf das Niveau mitbegibt, dann kommt man ganz gut damit zurecht. Ich denke ja. Ich bin angeschrien worden. Ich bin mit dem Messer bedroht worden. Das gehört ja dazu. Ich bin mit dem Messer bedroht.